Röthig und Röthig Immobilien Röthig, viel Platz im Garten, 483 Quadratmeter Grund, 173 Quadratmeter Wohnfläche. Das alles zeige ich Ihnen jetzt gerne. Folgen Sie mir! Röthig Immobilien So, meine Damen und Herren, diese schöne Immobilie können Sie im Rahmen eines Bieteverfahrens erwerben. Bitte melden Sie sich einfach bei mir. Ich erkläre Ihnen gerne alle Details und Fragen beantworte ich auch zum Bieteverfahren. Gerne können Sie mich anrufen unter den angegebenen Kontaktdaten. Ich freue mich!